Herzlich willkommen zu einem neuen Guide in The War Within. Wir kümmern uns heute um den Erfolg Entdeckung in der Mykomandenhöhle. Vier robuste Truhen müssen wir da finden. Die erste direkt auf dem Weg auf der linken Seite relativ zu Beginn. Die zweite und dritte Truhe jeweils rechts, sozusagen rechts oben. Die erste oben, die zweite finden wir direkt an der gleichen Stelle oder sehr nah dabei, im Wasser unten. Die vierte und letzte Truhe, da müssen wir ein Stück weiter gehen, springen dann einmal auf diesen Felsen und haben dann die Truhe. Wenn es gefällt, Daumen nach oben und Abo dalassen.